Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Vlog hier aus dem Auto. Ich bin gerade auf dem Weg zum Zollamt, denn ich habe bei Ringside Collectibles bestellt für neue Wrestling-Figuren. Und dieses Paket wird grundsätzlich bei mir vom Zoll abgefangen. Und dann darf ich immer 25 Kilometer dahin walken zum Zollamt. Und ich nehme euch einfach heute mal mit. Und zwar bekommt man so einen Zettel hier. Den bekommt man nach Hause geschickt. Und da steht im Prinzip nur drin, also entweder schicken sie uns die Rechnung, wir berechnen das. Und dann kommt der Postbote zu ihnen und knoppt ihnen die Kohle ab. Das ist natürlich das Problem, man muss da sein, wenn der Postbote kommt. Und man muss es passend haben, wenn der Postbote kommt, weil der Postbote kann nicht wechseln. Und eigentlich doofe Idee. So, andere Möglichkeit wäre, man bewegt seinen sexy Hintern und fährt einfach selbst zum Zollamt. Und das ist eigentlich nur noch dümmer. Weil erstens musst du sowieso hin und her gucken. Zweitens weiß ja noch keiner, wie hoch der Zoll ist. Also niemand, kein Internetprogramm, kein gar nichts, kann berechnen, wie hoch der Zollwert ist, den ich jetzt da gleich bezahlen muss. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und dann kommt noch dazu, dass bei uns in unserem wunderbaren Zollamt, was aussieht wie scheiße, das kann ich euch gleich zeigen, da ist es auch noch so, dass Kartenzahlung nicht geht. Das heißt, du fährst da hin und brauchst Bargeld. Wie viel, kann keiner genau sagen. Das berechnen die ja dann erst da, wenn du denen die Rechnung zeigst. Ich hatte das schon mal, da habe ich zwei Sendungen bestellt. Also zwei Pakete wurden vom Zoll abgefangen. Und ich habe einmal diesen verschissenen Brief bekommen. Und jetzt ist natürlich das Problem, jetzt weißt du ja noch nicht mal, für welches Paket gilt denn das jetzt? Welches ist denn überhaupt jetzt beim Zoll? Und welches ist vielleicht noch gar nicht verschickt worden oder noch unterwegs oder keine Ahnung? Und dann ist es ja noch nicht mal so, dass du einfach die Rechnung dann hingibst und die berechnen dir das, sondern die machen trotzdem vor deinen Augen, musst du das Paket aufmachen. Keine Ahnung, man hat von mir aus ein Sadomaso-Lederkostüm bestellt. Und dann verlangen die von dir, dass du das vor den Augen des Zollbeamten aufmachst und dich da voll bloßstellen lässt. Und der guckt sich das auch richtig an. Der hat sich beim letzten Mal wirklich die Figuren, die ich da bestellt habe, der hat das ganze Paket da aufmachen. Also ich musste das auch machen. Und da hat er wirklich jede Figur rausgenommen und sich die ganz genau angeguckt. Dann statt die dir einfach dieses scheiß Paket schicken und dich denn mit Rechnungen zubommen. Und die harte ist ja auch noch, wenn du es nicht schaffst, innerhalb von 14 Tagen, weil du vielleicht im Urlaub bist oder keine Ahnung, innerhalb von 14 Tagen deinen Arsch dahin zu bewegen, dann schicken die das Paket einfach wieder zurück. So, und du hast ja teilweise schon Wochen auf dieses Paket gewartet, weil jetzt ja nun mal aus dem Ausland kommt. Und dann schicken die das einfach wieder zurück. So, Pech für dich, sag ich mal, keine Chance. Und dann, um das Ganze noch komplett zu machen, jetzt musst du ja da hinfahren, hin und zurück. Und du musst ja auch, die müssen ja auch öffnen haben. Und dann guckst du dir die Öffnungszeit an. Und die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 7 bis 15 Uhr. Dann ist Schluss. Und Freitag von 7 bis 14 Uhr. Man will ja auch früh Feierabend machen. Dann musst du dir eigentlich einen Tag frei nehmen, nur um in das beschissene Zollamt zu fahren, um dein verkacktes Paket zu kriegen mit Bargeld, wo du noch nicht mal weißt, wie viel Bargeld du brauchst, weil es dir keiner berechnen kann. Entschuldigung. You are now, tune in. To the world's greatest. I like to sing with the radio. I like to play it real loud. I like to drive with the top down. One night thunder always throwing the crowd. Every babe's gonna want a piece of me. I stare into the mirror. I like the things I see. Look in my eyes. What do you see? The cult of personality. I'm a quick swimmer. Moonshine sippin'. Beer skinning. Beer drinking. Johnny Cash listening. Long legs and red necks are my friends. The fish among what the rock is cookin'. I came to play. I came to play. That's the place to pay. Time for you to get down and you need to play. Say goodbye to the good old days. You're never coming back. You're never coming back. Watch your future phase. I came to play. That might to stay. I guess we'll dream what it can't be saved. I can't do sin. Let's get out of my way. I came to play. I came to play. I'll drop your whole glass Lay your rest down for the 3 seconds 10 Your time is up, my time is now You can't see me, my time is now I walk for miles inside this pit of danger The place where no one follows me I walk alone On this day, I see clearly Everything has come to life A better place, and a broken dream And will leave me all behind You've got your rules and your religion All designed to keep you safe But when rules start getting broken You start questioning your fate I have the voice that is my savior Hates to love and loves to hate I have the voice that has the knowledge And the power to your fate So friends, and here is it Look at this This is the Zoll office It looks really sweet, right? Here I want to work And know that here The packages are safe Zoll office Amt This is really something official here So it looks like So friends, I am finally on the way This way It's been a long time This time Because they have the system Now we can't do everything With one person Now we have to go to the other To the other To give the money Then they do a quit And then they do not In the middle And then It's better It's not It's better It's not It was also cool Also Really Entschuldigung That I am so upset But There You can really Really I have to open my package And so I have to open my package Also If you think That there is a secret Or something There Has never heard What about the Zoll Because It's also funny I have to open my package Of course Of course I have to open my package And But I see That the package Is already With With The Zoll That's What is What is The Zoll Has already opened it He looked And He wants To me To drive And To do it again Before it As if He hasn't seen it What is inside So Sometimes You really Maybe There are two different places I can give it to But The Zoll As institution Has already seen the package Inhalt Meines Pakets Werdet Inhalt Infalt In den nächsten Wochen Sehen Ich Bemühe Mich Jetzt Immer Wieder Meine Samstags Videos Auch anständig Zu bringen Das Habe ich In letzter Zeit Etwas schleifen Lassen Verzeiht mir das bitte Und ja Ich hoffe natürlich Euch hat dieser kleine Ausraster Rage Sing Contest Hier gefallen Ist halt echt immer Ein bisschen anstrengend Da zum Zoll zu gucken Ja Ich danke euch fürs Zuschauen Haut rein Bis zum nächsten Mal Uuuu Ciao